Also ich werde hier später wohnen, habe hier oben mein kleines Apartment oder da hinten, da hinten war so ein richtig geiles Haus. Wir machen ja auch Fahrradtourne und so, deswegen haben wir einfach drei Fahrräder oben auf dem Auto und ein Fahrrad ist noch hier unten. Hi, unten drin und ja, sieht mega schön aus, da braucht man eine Kreditkartenzahlung. Ja, was macht die nochmal jetzt? Kara, soll ich die Drohne holen? Kara, glaubst du, es lohnt sich hier zu fliegen? Ja? Ja. Das ist so falsch hier in der Runde. Oh, it is so pretty. Ja, weil das hier alles so ordentlich ist, sieht das irgendwie voll gruselig aus. Ja, hier geht es wahrscheinlich drum, was das ist alles für Kalorien, was ist alles für den Nährwert? Dieses Gebäude macht mir richtig Angst. Oui. Ich nehme die Müsli. Oui. Oui. Ähm, was machst du mit deinem Frühstück? Mein Frühstück und noch einen Joghurt. Spielst du es jetzt? Oui. Début. As-tu déjà joué avec moi? Non. Tu as besoin d'aliments qui te donnent de l'énergie, te construisent. Tu comprends quelque chose? Was? Tu comprends quelque chose? Non. Pas für quelqu'un. Pas für neutra. Ohne Spaß, Leute, ich finde die Stadt gerade so schön. Ich habe so gerade das Gefühl, ich war noch nie in einer schöneren Stadt, also die Stadt heißt glaube ich Wey Wey, also ist im französischen Teil von der Schweiz, also im französisch gesprochenen Teil. Und wirklich hier ist so ein entspanntes Gefühl, man muss hier sein, es ist gerade das perfekte Wetter, die Sonne scheint, hier hat man direkt die Berge und das Wasser. Kann man machen, ich finde die Stadt so schön. Also ich werde hier später wohnen, habe hier oben mein kleines Apartment oder da hinten, da hinten war so ein richtig geiles Haus. Das ist mein kleines Apartment. Oh wie süß, da hinten ist einfach so ein kleiner Markt und hier sind noch so Geschäfte an der Seite. Leute, ich habe mich gerade in eine Stadt verliebt, ich sage es euch. Aber ich lebe hier gerade rum wie der größte Penner und ich fühle mich echt unwohl, weil hier alle Leute auch so voll schön angezogen sind. Das ist cool, oder? Ich habe einfach mal so ein bisschen gedauert. Tipp für euch und zwar, es ist einfach mega praktisch, wenn ihr, weil diese Apple-Ladekabel gehen ja immer kaputt, also nehmt euch quasi einfach diese Android-Ladekabel, also die man für alles mögliche eigentlich sieht. Ich hab die halt von meiner Kamera und sowas und dann diesen kleinen Adapter. Ich weiß nicht, wo man sowas bekommt, aber wir haben voll viele von denen. Von der Powerbank. Ja, von der Powerbank zum Beispiel. Und wenn man die, das kann man einfach so benutzen und dann habt ihr nie wieder das Problem, dass euer Apple-Ladekabel irgendwie dreimal jeden Monat kaputt geht, also nur so als kleiner Tipp. Leute, es ist gerade einfach so was dummes passiert. Also so mein Fahrrad hat schon voll lang gefahren, der war mega müde und dann sind wir hier, wollten wir kurze Pause, waren so einfach gegen die Stange da gefahren mit unseren Fahrrädern, weil wir vergessen abends wir die Fahrräder oben drauf haben und sind wirklich da unten drunter fast geklemmt gewesen und jetzt haben wir es halt irgendwie rausgeholt und jetzt auch wieder alles okay, aber ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020